Team ist ein sehr weit gefasster Begriff, weil wir arbeiten sehr viel in Projektteams. Das heißt, könnte sein, dass ich ein paar Monate mit diesen zwei Leuten arbeite und ein komplett neues Team habe. Und ich glaube, was ganz toll bei uns ist, egal ob man jetzt mit neuen Leuten arbeitet, die man schon kennt oder andere Leute, es ist immer ein super Teamfeeling. In den Teams ist auch so, wir haben eine extrem flache Hierarchie. Das heißt, wir arbeiten eben Manager mit Assistenten, aber auch Manager mit Partner, aber auch Partner direkt mit Assistenten. Der Arbeitsalltag ist eigentlich sehr, sehr spaßig meistens. Also wir verstehen uns extrem gut. Von den Team-Events gibt es bei uns zwei große Events, wo jetzt, sag ich mal, die komplette Firma mit dabei ist. Das ist das Sommerfest und das Weihnachtsfest. Und ansonsten haben wir noch kleinere Team-Events, die entweder für die Abteilung sind, wo wir die komplette Abteilung unterwegs sind. Ja, das Thema After-Work-Bier kommt des Öfteren vor. Also wir treffen uns dann beispielsweise auf der Wiener Wiesn oder gehen am Wochenende miteinander fort. Also es ist wirklich dann mehr als nur Arbeitskollegen. doch auch Sensental. Aber ist nicht so weit. Also wir finden uns dann eine